Hier ist Kumi Kirmes, der Kirmes-Kanal auf YouTube. Das nennt sich auch ein Jungbrunnen. Es kommt aus dem Mittelalter. Schon im Mittelalter sind die Menschen hier mitgefahren, sind mit 60 Jahren reingestiegen und sind mit Gefühl 30 wieder rausgekommen. Ich fahr auch jeden Tag mit. Ich bin schon 70 und sieht's mir auch nicht aus. Es funktioniert also. Ich bin der lebende Beweis. Jetzt an dieser Stelle wünsche ich euch auch euch viel Erfolg beim Jungbrunnen. Dann ist er nicht zum Töder anstatt, dann muss er einfach mal endlich machen. Jetzt geht's ja auch. Ich hole mich nicht aus. Ich geh nicht nach oben. Oh mein Gott. Es geht schon in der Kirmes-Kanal! Ich steh nicht noch mit. Alter, Alter. Musik Was ist das? Oh my god, he's got his name, I can't believe it! Oh! Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017